Ich war gerade dabei, mir in meinem Zimmer die Nägel zu lackieren, als plötzlich der Kopf meines Freundes durch das Fenster kam. Ach du meine Güte, was machst du denn hier? Wenn Papa dich sieht, sind wir beide tot. Vergiss einfach alle. Solange wir zusammen sind, wird es uns gut gehen. Vertraust du mir? Ja, ich vertraue dir, mein Schatz, aber lass dich einfach lieben und ich werde alles tun, um dich glücklich zu machen. Für immer. Ich schloss meine Augen, als er sich näher und näher an mich heranlehnte. Und das war's. Gut gemacht. Aber was ist mit dem Kuss? In diesem Moment ließ Carsten mich sofort los und ich führ auf meinen Hintern. Was zur Hölle? Hey, mein Name ist Amanda und ich bin eine der berühmtesten Teenie-Schauspielerinnen in L.A. Bitte liked und abonniert, bevor ich weitermache. Mit Carsten, dem derzeit beliebtesten Teenie-Schauspieler, verkuppelt zu werden, war endlich meine Chance, einen erfolgreichen Film zu machen. Aber leider war es schwieriger, ihm näher zu kommen, als ich dachte. Nach unserer Szene ging er direkt in seinen Wohnwagen, während er sich desinfizierte, als ob ich eine Krankheit hätte. Ich fragte den Regisseur, warum unsere Kuss-Szene rausgeschnitten wurde und er sagte, dass Carsten darum gebeten hatte, sie nicht zu haben. Warum? Einer der Angestellten ließ diese Information durchsickern und die Nachricht verbreitete sich im Lauffeuer. Leider hat sie auch unsere Schule erreicht und das gab Dakota, einer Schauspielkönigin und meiner Erzfeindin, einen Grund, mich zu nerven. Hey Amanda, ich hab gehört, dass Carsten dich nicht küssen will. Wie fühlt es sich an, von ihm zurückgewiesen zu werden? Das kann ich nicht nachempfinden. Oh, das liegt daran, dass er das letzte Mal, als er jemanden auf dem Bildschirm geküsst hat, ein Trauma erlitten hat. Das warst du, stimmt's? Haha, oh Schatz, jeder hat gesehen, wie sehr er unseren Kuss geliebt hat. Er war romantisch und leidenschaftlich, deshalb wurde unserer Film ein Riesenerfolg. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von 2,786 Milliarden Dollar. Außerdem habe ich 10 Millionen Follower auf Instagram und 5 Millionen Schippe auf Twitter gewonnen. Wie auch immer, warum wartest du nicht einfach ab, bis mein Film rauskommt? Das werden wir dann sehen. Jetzt fühlte ich mich noch mehr herausgefordert. Später an diesem Tag, als ich nach Hause fuhr, stieß ein Lieferwagenfahrer versehentlich mit seinem Motorrad gegen meinen Kofferraum. Konnte dieser Tag noch schlimmer werden? Ich stieg aus meinem Auto aus, um den Schaden zu begutachten und war schockiert, als ich den riesigen Kratzer sah. Mein armes Baby, schau, was du ihr angetan hast. Sind sie blind oder ist mein Auto plötzlich unsichtbar geworden? Ich erstarrte, als der Fahrer seinen Helm abnahm. Er sah so schön aus. Es ist nur ein kleiner Kratzer. Ich bin sicher, dein Baby wird nicht sterben. Ein kleiner Kratzer? Du hast ihre makellose Haut ruiniert. Versuch einfach, eine deiner Cremes drauf zu tun. Sehe ich aus wie jemand, mit dem man Witze machen kann? Dann zuckte er mit den Schultern und ging. Warum waren heute alle so besonders nervig? Als ich nach Hause kam, erzählte ich meiner Schwester, der Managerin Alice, sofort von meinem Problem mit Carsten. Sie war fünf Jahre älter als ich und wir lebten seit drei Jahren zusammen in einer riesigen schicken Wohnung. Ich habe mit seinem Manager darüber gesprochen und er hat mir gesagt, dass Carsten keine Lust auf eine Scheinbeziehung hat, um den Film zu promoten und dass er dieses Mal einfach keine Kuss sehen will. Unser Film wird zehnmal besser laufen, wenn die Leute glauben, dass wir auch im echten Leben ein Paar sind. Und die Chemie stimmt. Aber er will mich im Film nicht mal küssen. Was soll ich tun? Er ist hier der größere Star. Du bist diejenige, die ihn braucht. Also warum versuchst du nicht, ihn dazu zu bringen, sich in dich zu verlieben? Das wird ganz einfach sein. Du bist eine Göttin. Wer würde zu dir Nein sagen? Sie hatte Recht. Ich konnte jeden Jungen bekommen, den ich wollte. Und Carsten war da keine Ausnahme. Plötzlich läutete es an der Tür. Kannst du für mich rangehen? Ich habe Pizza für uns beide bestellt. Als ich öffnete, war ich geschockt, als ich sah, wer der Lieferjunge war. Du bist es! Tut mir leid, aber kenne ich sie? Hallo, du hast vor ein paar Minuten mein Auto ruiniert. Oh, die dramatische Göre. Es tut mir so leid, aber ich habe jetzt keine Zeit für eine Plauderei. Dramatische Göre? Dann ließ er die Pizzakartons einfach stehen und ging. Dieser Typ war unglaublich. Ein paar Tage später war ich in einem Café, als ich einige Frauen bemerkte, die sich über einen Mann lustig machten. Meine Welt blieb stehen, als ich mich umdrehte und sein Gesicht sah. Es war der Pizzajunge. Wieder! Ich ging auf ihn zu und sagte, verfolgst du mich etwa? Denn das ist kein verdammter Zufall mehr. Das ist ein ernster Fall von Stalking und ich werde dich bei der Polizei anzeigen. Ist es nicht andersherum? Ich arbeite hier. Also bist du diejenige, die mich stalkt? Hör mal! Wenn du ein großer Fan bist, sag es einfach. Kein Grund, mich auf diese Weise zu stalken. Dann nahm ich sein Handy und füllte es mit meinen Selfies und Videos und gab ihm ein Autogramm auf ein Papier. So, bist du jetzt zufrieden? Eine Göre zu sein, gibt dir nicht die Erlaubnis, die Sachen anderer Leute ohne deren Zustimmung zu nehmen. Schlag das Wörterbuch auf und such nach dem Wort Respekt. Soll ich es für dich buchstabieren? Und damit löschte er all meine Selfies auf seinem Handy und zerknüllte das Papier direkt vor meinen Augen. Ich war sprachlos. Ich schwor mir, wenn ich ihn noch einmal sehe, bringe ich ihn zum Weinen. Ich erzählte Alice von ihm und sie lachte mich nur aus. Vielleicht ist es Schicksal, dass du ihm über den Weg läufst. Das ist eher Pech. Und? War er süß? Ich hielt einen Moment inne und stellte mir sein Gesicht vor. Um ehrlich zu sein, war er eigentlich sehr, sehr attraktiv, aber... Nein! Er sieht aus wie ein Dinosaurier. Okay, wenn du das sagst. Später in der Nacht feierte ich noch ein bisschen mit A-Promis und als ich nach Hause kam, war es schon Mitternacht. Als ich in mein Zimmer ging, stieß ich plötzlich gegen was Hartes. Es war definitiv nicht die Brust von Alice. Als ich aufblickte, hätte ich fast geschrien. Es war dieser Trottel! Was machst du denn hier? Ach ja, ich wohne hier verdammt nochmal! Was machst du denn hier? Bist du eingebrochen? Was? Nein! Ich bin dein neuer Hausjunge. Was? Erst bist du Pizzajunge, dann Barista und jetzt ein Hausjunge? Unmöglich, dass du alle Jobs auf einmal machen kannst. Oh, ob du es glaubst oder nicht, ich bin buchstäblich in allem gut. Dann stürmte ich in Alice Zimmer und schrie. Warum hast du ausgerechnet diesen Idioten eingestellt? Ich habe doch von ihm gesprochen! Wirklich? Das Schicksal ist wirklich was anderes. Er hat auch noch hundert andere Jobs. Wir brauchen jemanden, der sich auf uns konzentriert. Nun, unser Angebot ist groß genug, um ihn dazu zu bringen, all seine Nebenjobs aufzugeben. Er hat einen beeindruckenden Lebenslauf und ich will ihn behalten. Beeinflusst dich seine Anwesenheit so sehr? Nein! Nein! Natürlich nicht! Warte mal! Es war eigentlich eine gute Idee. Wenn er hier arbeiten würde, könnte ich mich leicht an ihm rächen, wenn er zu unhöflich zu mir war. Gleich am nächsten Tag erfuhr ich, dass sein Name Ross war und ich begann ihm das Leben zur Hölle zu machen. Einmal sagte ich ihm, er soll mir Rindfleisch mit Brokkoli und Käse kochen. So, bitte sehr. Oh, das Rindfleisch sieht irgendwie roh aus. Kannst du es bitte mehr kochen? Klar. Als er zurückkam, beschloss ich ihn noch mehr zu ärgern. Oh, ich vergaß. Das ist doch Käse, oder? Ich habe eine Laktoseintoleranz. Klar, ich nehme ihn weg. Dann ist es eben nur Brokkoli. Ach, diese kleinen Bäume. Arme Mutter Natur. Manche Menschen sind einfach so grausam. Okay. Ich werde es auch entfernen. Willst du den Teller nun essen oder nicht? Koch mir einfach ein anderes Gericht oder vielleicht holst du mir einfach was bei McDonalds? Er sah aus wie ein Vulkan, der kurz vor dem Ausbruch stand und ich genoss es. In den nächsten Tagen gab ich ihm immer wieder die schwierigsten Aufgaben, aber er konnte sie alle gut bewältigen. Einmal sagte ich ihm, er soll den Zucker, den Kaffee und die Sahne von einem 3-in-1-Kaffee trennen und dafür sorgen, dass meine Schaumbäder eine Temperatur von 42 Grad haben und er macht es perfekt. Was? Es gab keine Möglichkeit, dass er perfekt war. Ich musste seine Schwäche finden. Es war Wochenende und ich nahm ihn mit zum Einkaufen. Ich ließ ihn alle Tüten tragen und eine Menge Besorgung machen und er erledigte alles stillschweigend. Bald bemerkte ich, wie müde er aussah und ich fühlte mich wirklich wie eine Göre. Ähm, hast du Hunger? Wo willst du essen? Ich lade dich ein. Nein, danke. Ich kaufe mir mein eigenes Essen von meinem hart verdienten Geld, anstatt die Kreditkarte meines Vaters zu benutzen. Nur um das klarzustellen, meine Eltern sind mir ja dere, aber ich lebe lieber unabhängig mit meiner Schwester und verwende mein eigenes Geld aus meinen Schauspieljobs. Ich arbeite auch. Dann ignorierte ich ihn und ging weg. Als wir fertig waren, war es bereits Nacht und während er mich nach Hause fuhr, bemerkte ich eine alte Frau, die auf der Straße Blumen verkaufte. Ich sagte ihm, er soll das Auto anhalten und ging hinaus, um ihr alle Blumen abzukaufen und ihr ein großes Trinkgeld zu geben. Plötzlich bemerkte ich ein mir bekanntes Mädchen, das verdächtig am Straßenrand entlang ging. Als ich genauer hinsah, erkannte ich, dass es Dakota war. Ich sagte Ross, er soll das Auto irgendwo parken und wir beide folgten ihr. Sie ging in eine Gasse und blieb vor der Ausgangstür eines Clubs stehen. Plötzlich trat Carson heraus und sie stürzte sich sofort auf ihn. Ross und ich versteckten uns hinter einem Stapel Kisten. Mensch, ich hab dir doch gesagt, du sollst aufhören, mich zu verfolgen. Ich stocke dich nicht, ich folge nur meinem Herzen. Er stieß sie weg, aber sie klammerte sich an sein Bein wie eine schwangere Schlange. Geh mit mir aus, küss mich, liebe mich, ich flehe dich an. Ich hab dir doch gesagt, dass ich dich nicht mag. Aber du hast mich geküsst und mir gesagt, dass du mich liebst. Ach ja, wir haben doch nur geschauspielert. Dann lass es uns echt machen. Oh mein Gott, was für eine verzweifelte Hexe. Während ich ein Video von ihnen aufnahm, stolperte ich plötzlich und fiel auf Ross. Meine Welt blieb stehen, als ich in seine wunderschönen blauen Augen blickte. Kumpel, hast du vor, dich zu bewegen? Du bist schwer. Psst. Ich stand auf und tat so, als wäre nichts passiert, aber mein Herzschlag war das reinste Chaos. Jetzt, da ich wusste, dass Carsten nicht in Dakota verliebt war, fühlte ich mich sicherer, ihn dazu zu bringen, sich in mich zu verlieben. Also stand er am nächsten Tag während unserer Dreharbeiten an der Treppe und ich ließ mich absichtlich fallen, damit er mich auffängt. Aber zu meiner Überraschung hat mich stattdessen eine andere Person aufgefangen. Du siehst so dumm aus, wenn du das mit Absicht machst. Was machst du denn hier? Du hast das hier vergessen. Ich hab dir auch noch Essen mitgebracht. Oh wow, das war wirklich süß von ihm. In diesem Moment drehte sich Carsten zu uns um und sah irgendwie sauer aus. Diesen Kerl habe ich hier am Set noch nie gesehen. Ist er dein Freund, Amanda? Ähm, nein. Ist er nicht? Warte mal, war er eifersüchtig? Ross schaltete sich ein und sagte, ich bin nur ihr Hausjunge, also mach dir keine Sorgen, Mann. Sie gehört ganz dir. Und damit ging er einfach weg und ich ärgerte mich ein wenig über seine Gleichgültigkeit. Aber von da an begann Carsten mich anders zu behandeln. Er sprach mehr mit mir und das gab in unserer Schauspielchemie einen Schub. Wurde er von Ross bedroht? Ich wusste es. Keiner konnte meinem Charme widerstehen. Am nächsten Tag in der Schule holte ich ein paar Notizen aus meinem Spind, als Dakota plötzlich lautstark mit ihrem Telefon zu sprechen begann. Oh, hey, Carsten. Oh ja, ich hab dich auch vermisst. Oh, willst du mein schönes, perfektes Gesicht später sehen? Klar, ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen, mein Schatz. In diesem Moment fingen all ihre Lakaien an, wie Hyänen zu schreien. Oh mein Gott, seid ihr zwei jetzt zusammen? Nun, er hat mir gesagt, dass er die Arbeit mit mir vermisst. Wahrscheinlich langweilt er sich mit seiner aktuellen Filmfreundin. Ich wollte lachen, wenn sie nur wüsste, dass ich ein Video von ihrer Verzweiflung hatte. Aber ich hatte nicht vor, es weiterzugeben. So ein Mensch war ich nicht. Später an diesem Tag sagte Alice mir, ich sollte Carsten zum Abendessen einladen. Heute Abend werden viele Paparazzi in diesem Restaurant sein. Ihr müsst einen Kuss inszenieren oder so. Glücklicherweise stimmte Carsten zu. Während wir aßen, tat ich so, als wäre ich total in ihn verknallt. Ich habe ihm zärtlich mit einer Serviette über die Lippen gestrichen. Und über alles gelacht, was er gesagt hat. Als wir aus dem Restaurant kamen, beschloss ich, dass es Zeit war. Ich schloss die Augen, spitzte die Lippen und beugte mich vor. Aber zu meiner Überraschung trat er absichtlich zur Seite und ich schlug mit der Stirn gegen den Laternenpfahl hinter ihm. Ich sah so dumm aus, als die Paparazzi mit ihren Kameras über mich herfielen. Als ich an diesem Abend nach Hause ging, war ich sehr verärgert. Carsten hatte mich vor allen Leuten blamiert und meine Karriere war vorbei. Ich saß am Pool und weinte mir die Seele aus dem Leib. Bald darauf bot mir jemand sein Taschentuch an. Und als ich aufblickte, war es Ross. Er setzte sich neben mich und schwieg einfach mit mir. Und seine Anwesenheit war tröstlich. Du kannst mit mir reden, weißt du. Wie ich verspreche, dass ich dieses Mal nicht unhöflich sein werde. Ich kicherte nur und schon bald schimpfte ich mit ihm. Ich habe versucht, groß rauszukommen. Aber ein Erfolg scheint mich zu hassen. Jeder Film von mir in den letzten zwei Jahren war ein Flop. Wenn dieser Film nicht gut läuft, werde ich einfach aufgeben. Und ich brauche den dummen Carsten, damit dieser Film ein Erfolg wird. Vielleicht brauchst du das nicht. Du bist eine sehr gute Schauspielerin, Amanda. Dein Talent reicht aus. Warum sind die Filme immer ein Flop? Erfolg verdient man nicht über Nacht. Du bist noch jung. Jeder hat sein eigenes Timing. Mach einfach weiter mit deiner Leidenschaft und deine Zeit wird auch kommen. Bald. Also Kopf hoch. Ich schaute ihn nur entgeistert an. Warum war er in diesem Moment plötzlich noch attraktiver geworden? Ich weiß, dass ich gut aussehe, aber hör auf, so zu starren. Das macht mich wahnsinnig. Ich starre dich an, weil mir klar geworden ist, dass du wirklich wie ein Dinosaurier aussiehst. Was? Ich schenkte ihm ein neckisches Lächeln und ging. Am nächsten Tag in der Schule suchte ich nach ihm. Aber Alice sagte mir, dass er im Krankenhaus war, weil sein Bruder krank war. Ich ging zu seinem Bruder, aber als ich dort ankam, war ich überrascht. Ihn mit einem kleinen Jungen und fünf kleineren Mädchen spielen zu sehen. Was machst du denn hier? Alice hat mir gesagt, dass du hier bist. Du hast mich beunruhigt. Mach dir keine Sorgen. Meinem kleinen Bruder geht es wieder gut. Er hatte nur ein schlimmes Bauchweh. Dann erklärte er mir, dass er in den letzten zehn Jahren all seine Geschwister großgezogen hat und deshalb zwischen den Jobs hin und her jonglierte, um sie alle zur Schule zu schicken. Ich fühlte mich wirklich schlecht, weil ich ihm die Arbeit erschwert hatte. Um das wieder gut zu machen, lud ich alle ein, mit ins Einkaufszentrum zu gehen. Ich kaufte ihm neue Kleidung und Spielzeug und alle sahen glücklich aus. Ich werde es dir bald zurückzahlen. Keine Sorge. In diesem Moment spürte ich seine Hand auf meiner und mein Herz begann zu rasen. Dann drehte er sich zu mir um und lehnte sich näher. Großer Bruder, wir wollen Kate spielen. Warum kann man nicht einmal im Leben eine Kusszene bekommen? Ross setzte sich neben mich, während wir dem Mädchen beim Spielen zusamen. Wie schaffst du all diese Verpflichtungen? Wenn man mit Leidenschaft bei der Sache ist, wird alles andere einfacher. Du bist wirklich in allem gut. Eigentlich gibt es nur eine Sache, die ich nicht kann. Was denn? Das Verliebtsein. Ich bin dazu einfach nicht fähig. Meine Stimmung sank augenblicklich. Hatte ich Gefühle entwickelt? Ich musste sie ignorieren. Aber je mehr ich mich bemühte, desto mehr dachte ich an ihn. Am nächsten Tag überraschte mich Carsten mit Blumen und einem Teddybär in einem Wohnwagen. Es tut mir so leid, Amanda. Ich fühle mich schrecklich, wegen dem, was passiert ist. Ich war so dumm. Bitte verzeih mir, okay? Es tut mir leid. Ich verstehe, dass ich nicht dein Typ bin. Aber du musst nicht so tun, als wärst du allergisch gegen mich. Weißt du? Das ist wirklich beleidigend. Ich bin nicht allergisch gegen dich. Eigentlich bist du genau mein Typ, wenn ich hetero wäre. Warte, was? Hat er gerade gesagt, dass er schwul ist? Behalte das als unser kleines Geheimnis und ich werde mit dir bei der vorgetäuschten Beziehung kooperieren. Das ist ein guter Deal, mein Freund. Jetzt, wo du es weißt, könntest du mich mit deinem süßen Hausjungen verkuppeln? Wie bitte? Entspann dich, Darling. Er ist wirklich süß. Aber ich habe nicht vor, ihn dir wegzunehmen. Halt die Klappe. Du redest nur Unsinn. Wenn du das sagst. Am nächsten Tag besuchte er unangemeldet unsere Schule und die Mädchen waren begeistert. Besonders Dakota. Ich bin hergekommen, um das schönste Mädchen zu sehen, das ich je getroffen habe. Ach, hör doch auf. Du bringst mich zum Weinen. Ah, nicht du, Dakota. Ich habe von meiner Freundin aus dem Film und aus dem wahren Leben Amanda gesprochen. Dann zwinkerte er mir zu und Dakota sah aus, als hätte sie einen Schlaganfall. Die Nachricht, dass wir zusammen sind, verbreitete sich sofort und ich war überglücklich. Aber meine Freude wurde sofort getrübt. Als ich nach Hause ging, gab Alice mir etwas, das meine Welt erschütterte. Das Kündigungsschreiben von Ross. Aber, aber warum? Er hat mir erzählt, dass ihm ein cooler Job in der Stadt angeboten wurde und die Bezahlung sehr gut ist. Er hat gekündigt, ohne mit mir zu sprechen. Ich habe versucht, ihn anzurufen, aber er ging nicht ans Telefon. Früher habe ich ihn überall gesehen, aber jetzt konnte ich ihn nirgends finden. Was für eine Ironie. Ein paar Tage später hatten Carsten und ich ein Vorstellungsgespräch für unseren kommenden Film und er versuchte, meine Hand zu halten, aber es fühlte sich seltsam an. Carsten muss meine Traurigkeit gespürt haben, denn als wir gefragt wurden, ob wir wirklich zusammen sind, sagte er etwas Unerwartetes. Amanda und ich sind nur Freunde. Ich mochte sie wirklich und wir haben es versucht, aber sie mag jemand anderen. Plötzlich fühlte ich mich mutig. Ja, das ist wahr und dieser Person möchte ich sagen, dass du weißt, wer du bist und dass ich dich wirklich vermisse, wo auch immer du bist. Komm bitte heute Abend zu mir. Ich werde dich in meinem Lieblingspark treffen. Alle staunten über meine Enthüllung. Selbst ich war von meiner öffentlichen Ankündigung überrascht, aber ich musste meinem Herzen folgen. Alice erzählte mir, dass mein Interview im Internet für viel Aufsehen gesorgt hatte und ich für meine Ehrlichkeit geschätzt wurde und sie konnten es kaum erwarten, um einen Film zu sehen. Jetzt hol ihn dir! Ich war so nervös, als ich später in der Nacht im Park auf ihn wartete, aber nach Stunden gab es kein Zeichen von ihm. Ich hatte schon fast aufgegeben, als ich ihn plötzlich in der Ferne laufen sah und mein Herz machte einen Sprung. Ich rannte auf ihn zu und schlug ihm in den Magen. Ich hasse dich, weißt du das? Es tut mir leid. Hör auf, so süß zu sein und fang an zu erklären, warum du plötzlich weg warst. Ich dachte nur, du magst Carsten, deshalb habe ich aufgehört. Du bist es, den ich mag, du Dummer. Aber was kann ich tun? Du bist sowieso nicht fähig, jemanden zu lieben. Ich habe gelogen. Das ist nicht meine Schwäche. Was denn dann? Du bist es, Amanda. Ich war schon ein Fan, bevor ich dich getroffen habe. Du bist so schön und umwerfend und es macht mich verrückt, weil ich nur ein armer Junge bin und du ein unerreichbarer Star. Das war buchstäblich das Süßeste, was ich je in meinem Leben gehört hatte. Oh, du bist wirklich süß. Nein, du bist süßer. Also streiten wir uns jetzt oder küsst du mich? Er antwortete mir, indem er mein Gesicht packte und seine Lippen auf meine presste. Endlich, ich bekam meine Kusszähne und sie war magisch. wo er nicht geht. Ich binher Lippen auf meine Kusszähne und sie war magisch. Untertitelung des ZDF, 2020